Hallo zusammen, ich bin Remo und arbeite beim Germa Gartenbau als Landschaftsgärtner im dritten Lehrjahr. Ich nehme euch jetzt mit in meinen Arbeitsalltag. Kommt doch mit! Meine Tätigkeiten sind Pflanzen pflegen, Verbundsteine liegen, Platten liegen, Mühlen und mit der Maschine zu arbeiten. Ich habe diesen Beruf gewählt, weil er sehr vielseitig ist und man sieht auch am Abend, was man gemacht hat, wenn man die Baustein verläuft. Ich gehe sehr gerne zu Gärten und Mürben arbeiten. Wir haben ein sehr breites Arbeitsspektrum und das Team, das wir sind, ist grandios und die Lehrlinge sind sehr gut aufgehoben. Wenn du jetzt Landschaftsgärtner werden möchtest, musst du Freude an der Natur haben. Arbeiten mit der Maschine musst du Spass bereiten und du musst sicher wetterfest sein. Jetzt hast du einen Einblick in meinen Arbeitsalltag. Wenn es dir gefallen hat, bewerbe dich doch. Bis bald und tschüss! Bis bald!